Die Inflation klettert auf lange nicht mehr gekannte Höhen. Haupttreiber ist dabei, neben den generellen Lieferschwierigkeiten im globalen Handel, die massive Verteuerung von Energie. Nicht nur Benzin, auch Gas und Strom haben im letzten Jahr deutlich zugelegt. Aber was kann die Regierung dagegen tun? Welche Maßnahmen werden umgesetzt und wer wird davon profitieren? Ich bin Müni von transparentberaten.de und heute machen wir mal einen Realitätscheck, was die Regierung für Möglichkeiten besitzt und was davon auch wirklich passieren wird. Am Schluss des Videos sagen wir euch noch, wie sich die Energiepreise vermutlich 2022 noch entwickeln werden. Bleibt also wie immer bis zum Ende dabei. Kurzer Transparenzhinweis am Anfang. Wir sind eine Firma und bieten Tarifvergleiche und persönliche Beratung durch unser deutschlandweites Expertennetzwerk in Sachen Versicherung, Finanzen und Altersvorsorge an. Wir versuchen natürlich trotzdem immer so objektiv wie möglich zu bleiben. Wenn ihr denkt, dass uns das mal nicht so gut gelingt, dann schreibt es uns einfach direkt unten in die Kommentare. Die Situation ist ernst. 2021 sind die Energiepreise im Schnitt um 20 Prozent gestiegen. VerbraucherInnen ächzen, die Industrie macht sich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Es ist klar, die Regierung muss handeln. Aber welche Stellschrauben hat sie? Viel gesprochen wurde in letzter Zeit über die Streichung der EEG-Umlage. Diese wurde Anfang Januar schon auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde Strom gesenkt. Das ist deutlich niedriger als in den Vorjahren, als sie bei über 6 Cent pro Kilowattstunde lag. Geplant ist die Abschaffung für Januar 2023. Führende PolitikerInnen der Ampelkoalition sind jedoch dafür, die Abschaffung vorzuziehen. Wenn die Abschaffung etwa schon Mitte des Jahres umgesetzt wird, dann würde ein Durchschnittshaushalt noch einmal knapp 80 Euro sparen. Die Realisierungschancen von diesem Vorhaben sind gut. Alle Ampelparteien stehen der vorgezogenen Abschaffung positiv gegenüber. Allerdings gibt es in der Grünen-Fraktion auch Gegenstimmen, die denken, andere Maßnahmen könnten gezielter helfen. Deswegen ist dies sicher nicht die einzige Maßnahme, die kommen wird. Friedrich Merz hat gefordert, die Spritsteuer zu senken, um AutofahrerInnen zu entlasten. Dies wurde jedoch von FDP und Grünen scharf zurückgewiesen. Zudem hat die Union selbst das Klimapaket beschlossen, welches zum Ziel hat, Benzin langfristig zu verteuern, um den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität zu fördern. Reale Chancen auf Umsetzung sehen wir hier nicht. Da Merz eigene Partei das Benzin erst verteuert hat, ist dies vermutlich eher ein Griff nach Aufmerksamkeit, um die Beliebtheit der Union bei AutofahrerInnen zu erhöhen. Eine andere Forderung, von der PendlerInnen profitieren würden, ist jedoch ernster zu nehmen. Nämlich die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer. Dies soll sowieso ab 2024 kommen und wird unter anderem vom ADAC gefordert und wurde zudem gerade erst öffentlich von Christian Lindner unterstützt. Hier könnte die Erhöhung vorgezogen werden. Die Grünen stehen der Pendlerpauschale allerdings nicht positiv gegenüber, da sie als eher klimaschädlich und unsozial gilt. Warum das der Fall ist und ob das stimmt, könnt ihr in einem unserer anderen Videos sehen, das verlinken wir euch hier oben. Wir von transparentberaten.de denken deswegen nicht, dass die Pendlerpauschale kurzfristig erhöht wird. Die vierte mögliche Maßnahme ist eine Reduzierung der Stromsteuer. Momentan beträgt die Stromsteuer 2,05 Cent pro Kilowattstunde, also noch einmal ein gutes Stück weniger als die EEG-Umlage. 2021 hat der Bund über die Stromsteuer 6,7 Milliarden Euro eingenommen. Ein kompletter Wegfall der Stromsteuer wäre also nicht gerade günstig. Außerdem ist europarechtlich sowieso eine Mindeststeuer von 0,05 Cent pro Kilowattstunde vorgeschrieben. Wirtschaftsminister Habeck ist einer Senkung der Stromsteuer allerdings abgeneigt. Einer der Gründe dafür ist, dass eine temporäre Senkung der Stromsteuer sogar zu einem Ansteigen der Inflation führen könnte. Wenn die Senkung nämlich ausläuft, machen die Strompreise einen Sprung. Das würde die Inflation noch weiter anschieben. Außerdem profitieren von einer Steuersenkung vor allem die größten Stromverbraucher. Besonders klimafreundlich ist sie also auch nicht. Da die Ampelkoalition eine Klimaregierung sein möchte, erwarten wir deswegen keine Senkung der Stromsteuer. Ganz ähnlich ist die Situation bei Maßnahme Nummer 5. Einer generellen Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie. Der Mehrwertsteuersatz auf Energie liegt momentan bei 19 Prozent. Einige Ökonomen, Verbände und Parteien fordern, den Mehrwertsteuersatz auf Energie zu senken oder die Mehrwertsteuer für Energie generell abzuschaffen. Das würde zu einer signifikanten Ersparnis von etwa 450 Euro bei einem durchschnittlichen Haushalt führen. Diese Maßnahme hat aber auch scharfe Kritiker. Zum einen gibt es hier keine ökologische Lenkwirkung, denn Gas würde genauso pauschal billiger werden wie erneuerbare Energien, was einen ökologischen Umbau der Wirtschaft bremst. Auch ist eine Mehrwertsteuersenkung eine sehr teure Maßnahme und kostet Geld, was Bund, Länder und Kommunen zurzeit nicht haben. Zudem ist eine Mehrwertsteuersenkung unfair. Menschen mit hohem Energieverbrauch, also eher Besserverdienende, profitieren deutlich stärker als Menschen mit einem geringen Energieverbrauch. Ein umweltschädlicher Lebensstil wird also sogar noch subventioniert. Zuletzt ist es nicht sicher, ob Unternehmen eine Mehrwertsteuersenkung überhaupt in vollem Umfang an ihre Kunden weitergeben würden. Auch während der letzten Mehrwertsteuersenkung 2020 ist dies nur teilweise umgesetzt worden. Aus diesen Gründen stehen unter anderem die Grünen einer Mehrwertsteuersenkung auf Energie sehr negativ gegenüber, weswegen sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen wird. Die sechste Maßnahme besteht aus einem Heizkostenzuschuss. Dieser wurde von der Bundesregierung auch schon auf den Weg gebracht. Ab Juni werden 710.000 Haushalte, die Wohngeld erhalten, einen einmaligen Heizkostenzuschuss bekommen. Alleinlebende bekommen 135 Euro, Zwei-Personen-Haushalte 175 Euro. Für jedes zusätzliche Haushaltsmitglied gibt es nochmal 35 Euro obendrauf. Zusätzlich erhalten Bezieher von Bundesausbildungsförderung, junge Leute mit Berufsausbildungsbeihilfe und Menschen in der Aufstiegsfortbildungsförderung einen Einmalbeitrag von 115 Euro. Diese Zahlung soll vor allem die sozialen Folgen von hohen Energiepreisen abfedern. Und als siebte vorgeschlagene Maßnahme sind Zahlungen über den Heizkostenzuschuss hinaus im Gespräch. In Belgien hat die Regierung etwa eine einmalige Reduzierung der Stromrechnung in Höhe von 100 Euro auf den Weg gebracht. In Deutschland fordert unter anderem die Gewerkschaft Verdi, dass Familien eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro für jedes Kind erhalten. Auch für die Grundsicherungsempfänger fordert Verdi diese Zahlung. Der Vorteil bei dieser Idee ist, dass überproportional einkommensschwache und kinderreiche Familien profitieren würden, also genau diejenigen, die unter den hohen Energiekosten am meisten zu leiden haben. Ein Kindersofortgeld ist bei der Regierung auch schon in Planung, die Höhe oder genaue Details der Umsetzung sind jedoch noch nicht bekannt. Aber wie werden sich die Energiepreise dann 2022 noch entwickeln? Bei den Gaspreisen schaut es düster aus. Die Lage an der Grenze der Ukraine ist angespannt und bei einer Eskalation des Konflikts würde die Gasversorgung durch Russland sicher beeinträchtigt werden. Alternative Gasquellen sind zwar Flüssiggas aus Katar oder den USA, die allerdings deutlich teurer sind. Wenn sich die Situation in der Ukraine aber entschärft, könnten mit zusätzlichen Gaslieferungen aus den USA die Preise insgesamt stabilisiert werden. Die hohen Gaspreise haben auch Einfluss auf die Strompreise, denn im Winter ist die Einspeisung durch erneuerbare Energie niedriger, was den Bedarf von Gaskraftwerken erhöht. Bei hohen Gaspreisen sorgt das natürlich auch für höhere Strompreise. Insgesamt zieht die Wirtschaft nach dem Corona-Tief wieder an, was für einen höheren Strombedarf sorgt, der wiederum steigende Strompreise nach sich zieht. Zusätzlich werden Ende 2022 die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Mittelfristig baut die Regierung dafür aber die erneuerbaren Energien stark aus, was sich allerdings erst verzögert auf den Strompreis auswirken wird. Spürbare Auswirkungen wird aber kurzfristig die Abschaffung der EEG-Umlage haben, die 2021 für 20 Prozent der Stromkosten verantwortlich war. Der Benzinpreis wird zum einen von Steuern und Abgaben beeinflusst, zum anderen durch den Ölpreis auf dem Weltmarkt. Der neu eingeführte CO2-Preis spielt eine vergleichsweise kleine Rolle. Dieser liegt seit 2022 bei 30 Euro pro Tonne und verteuert Benzin dadurch nur um 1,5 Cent pro Liter. Zurzeit ist der Haupttreiber der Kosten einfach der insgesamt hohe Ölpreis. Dieser hat seinen höchsten Stand seit sieben Jahren erreicht, was an der guten Konjunkturlage liegt. Wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, ist allerdings schwer abzuschätzen. Einfach gesagt gilt, bei schlechter Weltwirtschaft ist der Ölpreis niedrig, bei guter Wirtschaftslage eher hoch. Was davon passieren wird, überlassen wir den prophetischen Fähigkeiten klügerer Menschen. Wenn ihr jetzt noch mehr zur aktuellen Inflation wissen wollt, dann schaut gerne in unser Video zu diesem Thema rein oder in eines unserer anderen Videos. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So verpasst ihr kein neues Video mehr. Ansonsten tschüss und bis zum